Die Wahl in Amerika ist noch nicht entschieden, jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, als ich hier dieses Video aufnehme. Es ist jetzt donnerstags kurz vor Mittag und da ist es noch ein bisschen unklar. Aber ich kann jetzt schon mal eine Prognose abgeben, nämlich der Crash fällt aus. Wenn du wissen willst, warum das so ist, dann bleib jetzt dran. Du erfährst es. Ihr habt es vielleicht gestern bei uns im Livestream mitgesehen oder ihr wart auch selber mit dabei, habt euch informiert. Es ist wieder alles anders gekommen, als man sich das gedacht hat. Die Wahlvorhersagen waren ja, dass Biden gewinnt mit einem riesigen Vorsprung. Ein riesiger Vorsprung ist es nicht geworden. Aktuell jetzt schaut es aber so aus, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Das hat natürlich viele wieder mal überrascht. Wir waren davon nicht ganz so überrascht, wobei wir sogar darauf getippt haben, dass es Donald Trump macht. Aber Donald Trump kann eigentlich nur noch Präsident werden, wenn er vor die Gerichte zieht, was er bestimmt machen wird. Schauen wir mal, was da kommt. Jetzt heißt dieses Video, der Crash fällt aus. Ich habe das ganz bewusst so genannt, dieses Video. Ehrlich gesagt, es geht mir total auf die Nerven, wie viele Leute jetzt hier mit dieser Crash-Gefahr wieder durch die Gegend rennen. Gerade hier auf YouTube machen viele Videos. Ja, jetzt kommt der große Crash, jetzt kommen die Bürgerkriege und so. Das ist eigentlich so ganz schlimmstes Bild-Zeitungsniveau. Die gehen ja auch davon aus, jetzt kommt der ganz große Bürgerkrieg. Warum machen die das? Weil sie sich in Zeitungen gut verkauft. Solche Headlines verkaufen sich ganz gut und scheinbar ist es bei YouTube hier auch. Wir würden auch mehr Aufrufe auf dieses Video hier bekommen, wenn wir sagen würden, jetzt kommt der ganz große Crash. Wir würden aber Aufrufe von Leuten bekommen, die wir gar nicht haben wollen. Deswegen sage ich mal, nein, der Crash fällt aus. Warum fällt der Crash aus? Da gehe ich mit euch ganz kurz ans Weitwort und zeichne euch was an. Es ist ja jetzt noch nicht ganz klar, wer diese Wahl gewonnen hat. Aber egal, wie es am Ende ausgeht, wer das jetzt so wird, ist es so, dass es zu keinen allzu großen Verwerfungen mehr an den Börsen kommen wird. Warum ist das so? Kommt einmal mit. Was war denn eigentlich das ganz große Risiko? Das ganz große Risiko, das die Börsen gesehen haben, war die sogenannte Blaue Welle. Blaue Welle heißt also, dass sowohl Joe Biden Präsident wird und zwar mit einem riesengroßen Vorsprung und dass zum Zweiten der Senat auch demokratisch wird. Das heißt also, dass quasi die eine Partei, die Demokraten, die große Macht dann in den USA hätten. Das ist jetzt ausgeblieben, weil Senat ist gleich Republikaner. Die Republikaner werden mit großer Wahrscheinlichkeit den Senat behalten. Jetzt entscheidet sich nur noch, ob es Trump wird oder ob es Biden wird. Momentan, wie gesagt, schaut es so aus, als dass Biden Präsident wird. Er führt momentan mit einigen Wahlmännern. Ihm fehlen nur noch, glaube ich, ein Bundesstaat und dann hat er die 270 Wahlleute. Aber, und das ist entscheidend am Punkt, er wird ein schwacher Präsident werden, weil er eben nicht haushoch gewonnen hat. Das heißt, würde er mit großem Vorsprung gewinnen. Er hätte jetzt quasi Donald Trump wirklich an die Wand gefahren, was er nicht gemacht hat, dann wäre er von seiner Stellung her, jetzt nicht als Mensch, aber von seiner Stellung her, ein sehr, sehr starker Präsident und könnte da auch durchregieren. Vor allen Dingen auch, wenn er hier den Senat demokratisch hätte. Das hat er aber nicht und aus dem Grunde kann er nicht allzu viel machen. Das heißt also, wird er jetzt hier Präsident, dann hat er einen Senat gegen sich, der republikanisch ist. Und das führt dazu, dass viele Dinge, die man im Vorfeld befürchtet haben, nicht zu eintreten werden. Nämlich beispielsweise riesige Steuererhöhungen. Die Steuererhöhungen wird man gegen einen republikanischen Senat nicht durchsetzen können. Das heißt, der Präsident kann sagen, wir heben die Steuern an und der Senat sagt, nein, machen wir nicht. Das heißt, es passiert nichts. Auch viele Dinge, was zum Beispiel die Gesundheitsbranche anbelangt, immer noch das Thema Obamacare und so weiter und so fort. Wird er das gegen einen republikanischen Senat durchsetzen können? Nein, wird er nicht. Wird er jetzt eine völlig andere Politik gegen China fahren können? Nein, wird er nicht. Das heißt also für die Börse, es bleibt im Grunde genommen alles so, wie es ist. Es wird nicht ganz so positiv werden, wie vielleicht unter Trump. Das heißt also, hier in dieser Konstellation, republikanischer Senat und Biden als Präsident, wird zum Beispiel das Stimulusprogramm wahrscheinlich ein bisschen niedriger ausfallen, als wenn es die Demokraten allein gemacht hätten. Aber es kommt auf jeden Fall wieder ein Stimulusprogramm, auch wenn natürlich Trump von der Seite schießen wird und so weiter. Der Senat dagegen sein wird, wie auch immer. Aber das wird kommen. Das heißt, das sieht die Börse positiv. Wenn jetzt doch noch Trump vor die Gerichte zieht, was er schon gemacht hat, und da vielleicht sogar Recht bekommt. Das heißt, Trump wird jetzt Präsident. Na ja, dann weiß die Börse ohnehin, was sie hat. Damit ist ein ganz großer Unsicherheitsfaktor weg. Das Risiko war eben die Unsicherheit. Das Risiko war immer die Unsicherheit, dass man also sagt, okay, wenn sie es jetzt wochenlang wie auch immer hinzieht und es ist nicht so ganz klar im Bürgerkrieg. Bitte, ihr dürft jetzt nicht eines nehmen, wenn ihr heute in die Zeitungen reinschaut und ich gehe mal wieder hier zurück. Wenn ihr heute in die Zeitungen reinschaut, dann ist es ganz einfach so. Da steht natürlich drin, ja, dort Bewaffnete, da Bewaffnete, da Bewaffnete. Wenn ihr allerdings mal amerikanische Fernsehsender anschaut und ihr könnt ja ein bisschen hin und her wechseln. Schaut mal CNN an, schaut mal CNBC an, schaut mal Fox an. Da könnt ihr euch alles im Internet anschauen. Dann seht ihr das, ja, das gibt es an einzelnen Punkten. Das sollte man aber in so einem Land wie Amerika auch nicht über werden. Das ist ein riesengroßes Land und das wird alles, selbst wenn sie es jetzt noch drei, vier, fünf Wochen hinzieht, wird das trotzdem alles am Ende gut geregelt werden. Wir werden da keine bürgerkriegsähnlichen Zustände sehen. Das hat man auch gestern schon gesehen. Man hatte ja in New York, in vielen großen Städten, hatten die Geschäfte alle zugemacht und sich verbarrikadiert, wie bei einem Hurrikan. Das ist alles nicht passiert. Es ist alles nicht eingetreten und dass es jetzt danach noch mal so hochkocht. Das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist schon relativ unwahrscheinlich. Ihr habt es gestern gesehen. Die Börse hat das auch schon gefeiert. Früh im Livestream war der Nasdaq schon mal richtig hoch. Dann ging es wieder ein bisschen runter, aber zum Ende hin, die Session war dann wirklich extrem positiv. Im Grunde genommen könnt ihr es auch schon sehr schön ablesen an dem, was gestern passiert ist. Wenn wir mal auf den gestrigen Tag schauen, dann sehen wir hier. Technologie fast vier Prozent hoch. Dann Communication Services 4,31. Gestern Aktien wie Facebook, Google – richtig stark. Amazon usw. Dann auch hier Healthcare – mega stark. Vier Prozent. Warum? Die Unsicherheit ist weg. Es kommt eben jetzt kein Obamacare usw. oder eine Neuauflage und noch ein besseres. Die Leute, die sich extrem mit der US-Politik auskennen, die wissen das besser. Die können dann nochmal ins Detail nachschauen. Aber das spielt keine große Rolle. Wichtig ist eins. Die Situation, wie sie jetzt ist, hilft den großen Firmen. Die hilft den großen Firmen, weil, wenn nicht an der Steuerschraube gedreht wird, weder nach oben noch nach unten, dann können die großen Unternehmen damit leben. Wenn jetzt Biden Präsident wird, hätten die großen Firmen ja so ein bisschen, was wir vor zwei Tagen besprochen haben. Gibt es da Zerschlagung usw. Gibt es da mehr Regulierung? Ja, aber nicht mit einem republikanischen Senat. Das heißt, diese Patzitation ist vielleicht für das Land nicht gut als solches. Die Börse liebt es aber. Die Börse findet das toll und findet es gut. Ihr seht auch gleich gestern, was ist nicht so gut gelaufen. Industrials, Utilities, Energy plus minus null. Das war alles nicht so besonders. Aber hierzu die Big Caps, die großen Aktien, die sind weiter gelaufen. Was heißt das jetzt für uns als Anleger? Das heißt für uns als Anleger – und ich schalte hier mal ganz kurz um. Ich muss bloß kurz meine Maus hier finden. Hier oben ist er irgendwo da. Was heißt das jetzt für uns als Anleger? Das heißt jetzt, dass wir uns auch wieder auf gewisse Themen konzentrieren können. Also wenn ihr hier hinten mal schaut, ich zeige euch mal so Sachen, damit man das einfach gut sehen kann. Hier, wir gehen mal auf Tagescharts vielleicht. Machen sie ein bisschen größer. Also eine Apple gestern beispielsweise hier schon gut gelaufen. Amazon springt wieder hoch. Aber zum Beispiel auch hier, also irgendjemand hat geschrieben, auch in China wird der Reißbein aufgemacht. Also auch die chinesischen Aktien gestern nach oben ausgebrochen. Warum? Mit einem Präsident Biden, ich habe euch das gesagt, wird diese China-Politik so weitergehen. Man wird es aber etwas diplomatischer machen. Man wird es etwas diplomatischer machen. Man wird nicht mehr so poltern. Das ist gut. Wenn ihr hier schaut, der Index hier in Shanghai, auch der gleich angesprungen ist. Jetzt schauen wir mal auf so ein paar einzelne Sektoren vielleicht noch. Ich habe mal zwei herausgesucht. Und da sieht man eben jetzt hier gestern beispielsweise der Solarindex. Der lief ja im Vorfeld sehr, sehr, sehr gut, aber hat danach so ein bisschen geschwächelt. Und auch gestern, der ist zwar dann noch ein bisschen hoch, aber der war trotzdem gestern zwei Prozent im Minus. Weil man eben jetzt sagt, okay, mit einem Präsidenten, der demokratisch ist, wird es da schon mehr in diese Richtung geben. Aber weil der Senat vieles verhindern kann, wird es eben jetzt nicht so einen extremen Umschwung geben in der Energiepolitik. Und deswegen kommt das ein bisschen runter. Und umgekehrt jetzt mal hier Healthcare. Das sieht super aus. Die sind richtig nach oben gesprungen, weil man eben jetzt sagt, diese großen Firmen, die da jetzt drin sind. Die sind ja alle hoch verschuldet, weil sie viele Übernahmen gemacht haben. Nehmen wir mal so was wie eine Firma hier. Habe ich jetzt mal eine Maus? Ich lasse mir schnell mal ein Tablet reichen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier mal nehmt eine Apfie. Wenn ihr euch die mal anschaut. Die ist gestern riesig hier nach oben gesprungen. 7,4 Prozent. Warum ist das passiert? Na ja, das sind Firmen, Gesundheitssektor, übergeordnet jetzt mal Gesundheitssektor, hoch verschuldet, weil sie viele Übernahmen gemacht haben. Und was ist jetzt das Gute? Bei der Konstellation, wie sie jetzt ist, wird es keine dramatisch ansteigenden Zinsen geben. Man wird weiter die großen Firmen unterstützen. Es wird keine Steuererhöhung geben. Und das hilft diesen großen, großen Firmen. Und deswegen wird, auch wenn es jetzt mal noch die nächsten drei, vier Wochen vielleicht ein bisschen volatiler wird, je nachdem, was vor den Gerichten passiert. Das wissen wir ja alle nicht. Aber der Crash fällt aus. Der findet jetzt nicht statt. Im Gegenteil, wir sollten jetzt schon mal schauen, ob wir im saisonalen Muster jetzt vielleicht sogar schon in die Jahresendrallye uns positionieren können. Und wahrscheinlich wird es auch mal so sein, dass jetzt aktuell diese großen Dinge, die jetzt die ganze Zeit schon gespielt wurden, diese großen Aktien, dass die auch noch mal fortaufnehmen. Das heißt, die Fatmans, also die Facebooks, Googles und so weiter, sofort Amazon und was es da alles so gibt. Schaut euch die erst mal wieder an. Value, sorry, aber auch das wird erst mal jetzt die nächsten Tage, Wochen wahrscheinlich nicht so sehr passieren, sondern es werden die starken Aktien, die vorher stark waren, die werden jetzt auch weiterhin steigen. Und das ist eigentlich die beste Botschaft. Und viele haben jetzt immer Angst und sagen, wenn jetzt doch noch das kommt, wenn es doch noch das kommt, wenn es doch noch das kommt. Und hier müsst ihr jetzt einfach mal auf eines vertrauen, nämlich auf die Börsen. Ihr müsst den Börsen vertrauen. Die Börsen sind immer schlauer als alles andere. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Als Donald Trump damals sich quasi so gebettelt hat mit dem Diktator in Nordkorea, da waren die Zeitungen voll. Wir stehen vor dem nächsten Atomkrieg und alles ist ganz schlimm und alles ist dramatisch. Wer ein bisschen was von Börse verstanden hat, der hat mal hingeschaut, was hat denn damals beispielsweise die Börse in Südkorea gemacht? Und die ist gestiegen. Und wie kann denn das sein, dass du sagst, wir stehen quasi kurz vor einer kriegerischen Auseinandersetzung und die Börse steigt? Ganz einfach, weil die Börse cleverer war, weil die schlauer war und weil die wusste, dass das, was in den Medien war, alles nur Trash-Talk war. Das war alles nur Show. Hinter den Kulissen sah es ganz, ganz anders aus. Genauso ist es jetzt wieder hier an den Börsen. Das können wir sehr, sehr schön beobachten. Egal, was jetzt noch kommt. Es wird bei weitem nicht so schlimm werden, wie man es erwartet hat. Ich habe diese Woche auch in einem Podcast gehört, als auch ein Journalist sagte, wir Journalisten gehen alle davon aus, dass es riesengroße Katastrophen geben wird in Amerika. Wenn wir als Journalisten alle davon ausgehen, dass das passiert, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Es gibt immer ein kleines Restrisiko. Aber hey, das ist nun mal so. Aber im Grunde müsst ihr nur auf die Börsen schauen. Das ist das Entscheidende und das könnt ihr auch hier wieder aus dieser Wahl lernen. Geht einfach her und hört auf, auf so viele fremde Meinungen zu hören. Auf so viele Meinungen zu hören, wo irgendwelche Leute sagen, das passiert, das passiert, das passiert. Sondern schaut euch die Märkte an. Geht in die Märkte rein. Schaut euch an, was in den Märkten passiert. Achtet auf Charts. Achtet bitte nicht immer nur auf den S&P 500 oder auf den, noch schlimmer, auf den DAX. Geht ein bisschen rein. Schaut euch einzelne Aktien an. Schaut euch einzelne Sektoren an. Geht systematisch an die Märkte heran. Wenn ihr das tut, werdet ihr eine andere Börse sehen, als es 95% der Börsianer sehen. Die meisten Börsianer sehen immer nur Oberfläche und hören auf das ganze, in Amerika sagt man oder im Englischen sagt man Noise, also auf das Stimmengewirr. 5% der Börsianer schauen in die Tiefe und blenden dieses Noise, dieses Stimmengewirr, dieses Drumherum. Das Rauschen, das blenden die aus. Das muss auch dein Ziel sein. Blende das Rauschen aus. Schau auf die harten Fakten, die da sind. Die harten Fakten sehen viel, viel besser aus als das, was du heute gerade hier in Zeitungen oder vielleicht auch in Nachrichten sehen kannst. Wenn du sagst, ich weiß aber nicht so richtig, wie das funktioniert, dann, wie kann ich das lernen, wie kann ich systematisch herangehen, dann macht das, was gestern ganz, ganz viele im Livestream gefragt haben. Wir haben ja gestern diesen Livestream gemacht. Es waren über 1400 Teilnehmer, die da mit uns früh ab 4 Uhr dabei waren und die sich das mit uns angeschaut haben. Da wurde ganz viel auch immer nach den Trainings gefragt, was da gemacht wurde. Wir haben immer gesagt, genau das Gleiche, was ich heute wieder sage. Kommt einfach mal in so ein kostenloses Erstgespräch. jensrawe.de//termin. Tragt euch da ein. Gerade wenn ihr Unternehmer seid, wenn ihr Selbstständige seid, wenn ihr leitende Angestellte seid. Das heißt, wenn ihr auch ein bisschen Vermögen habt, wo ihr sagt, dann macht es auch Sinn, dass man sich da intensiver damit beschäftigt. Wenn ihr hier dabei seid auf dem Kanal und ihr sagt, ich mache hier einen monatlichen 100-Euro-Sparplan auf dem ETF, ist das alles gut und schick, dann macht das auch weiterhin. Da macht ihr überhaupt nichts Falsches. Ganz im Gegenteil, dann nutzt jeden größeren Rückschlag, um zu kaufen. Wenn das aber ein bisschen intensiver machen will, wer andere Ansprüche hat, wer da ein bisschen mehr sein will, der ist bei uns gut aufgehoben. Deswegen kommt man in so ein kostenloses Erstberatungsgespräch. jensrawe.de//termin. Wir überlegen mal über eure Strategie, die ihr gerade habt. Wie kann man die verbessern? Was kann man da anders machen? Dann werdet ihr auch solche Börsennächte hier viel entspannter sehen, als es viele andere tun. Ich melde mich diese Woche noch mal mit einem Video. Mal schauen, ob es nochmal etwas Aktuelles wird oder ob es ein allgemeineres Thema wird. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Bis dahin. Euch alles Gute und viel Erfolg. Tschüss. Servus. Macht's gut. Bye-bye. Ciao. 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 Vielen Dank.